Hallo meine lieben Zuschauer und wieder willkommen zurück zu DLC Quest, Freemium or Die. Live Freemium or Die, genau so heißt es. Im letzten Part waren wir im Dark Room, beziehungsweise sind immer noch da. Wir wollten jetzt weitergehen, wir wollten hier mal links und rechts und überall erkunden, was es hier so gibt. Ich habe ein paar DLCs freigeschaltet, die könnte ich ja irgendwann jetzt mal kaufen. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Auf jeden Fall, wir gucken jetzt erstmal, was es hier so gibt, weil wir sind hier im Dark Room. Hier sieht man ja nicht so viel. Ja, ja, das Dark Area. Oh, danke. Das hat ein bisschen fies, weil du hier die Silhouaten nicht siehst, als wenn hier irgendwas versteckt ist, wisst ihr. Jetzt so links, rechts durchgehen, das geht halt nicht. Also man sieht es halt nicht, das ist ein bisschen schade. Das ist echt ein bisschen schade. Aber viele Münzen gibt es hier, mein Gott. Und da ist ein DLC. Ich glaube da oben ist was. Oder? Ja! Ja, toll. Wofür ist das jetzt? Ich kann da durch, aber ist nix. Das ist ja doof. Wow, das war knapp, Alter. Hu! Oh! Mensch. Ich weiß, dass hier irgendwo ein DLC war, das weiß ich. Da nicht. Moment, ich brauche jetzt da. Ah, hallo. Bin ich denn jetzt hier? Ah, das Anfangsgebiet. Das ist ja sehr cool. Das ist ja alles ziemlich in sich verschlungen. Nein, nicht Dark Woman. Mist. Canadian Dialog. Echt? Ohne Scheiß. Was gibt es denn noch? Habe ich hier jetzt alles durch? Hier habe ich alles, gell? Nee, doch. Habe ich hier alles? No shit? Ja, sch- Ah! Ja, okay. Wir gehen hier einfach mal wieder weg. Dann gehen wir mal nach links. Ach, hier war ich noch gar nicht genau. Haha, Münzen. Münzen sind wichtig. Was kriege ich? Wo sind wir? Ach, hier ist ja gar nix, genau. Leute. Ja, ich hätte eigentlich einen anderen Weg gehen können. Ich sollte auch einen anderen Weg gehen. Das ist einfacher. Wo ist denn? Komm. Ich will sterben. Danke. Ich will nämlich da wieder hoch. Ist nämlich einfacher, glaube ich, ne? Einfach da ein bisschen hoch. Zick, zack. Zick. Zick, zack. Die Musik ist schon sehr cool. Das ist ein schönes Spiel. Kann ich euch nur empfehlen. Kostet, glaube ich, auch wieder nur einen Euro, das Spiel. Ähm. Kann man nicht viel verkehrt machen. Bisher. Ist halt ein guter, kurzer Zeitvertreib. Hey. Ich will das nochmal probieren. Komm her. Ah. Hm. Okay, da gibt's nix. Ne. Da gibt's nix. Schade. Wäre cool gewesen. Aber wir haben jetzt 230 Gold. Damit könnte sich eigentlich... Damit könnte man was reißen. Wo bin ich hier überhaupt? Jetzt... War ich hier schon mal? Ja. Sehr schön. Was haben wir hier? DLC NPC Pack. Gibt's wieder neue NPCs da, oder was? Geil. Sehr cool. Ich liebe dieses Spiel. Ich mach das. Das macht so einen Spaß. Ach genau. Hier war ich. Ja, ja. Ach genau. Das hat mir ja zick, zack. Weg. Wo ist er denn? Ach genau. So. Da bist du, mein Freund. Hi. Grüß dich. Was haben wir denn? Haben wir das Pläne? Pläne, die... ... 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 oder was? Geil. DLC NPC Pack. Explore das. Okay, dazu. Sehr cool. Der ist neben mir. Canadian Dialog. It's about time we add some color to add the dialog. Oh, ist das schön. Dann hauen wir das doch auch gerade mal dazu. Und dann dieses Harmless Plants Pack. Plants. What possible use could these have? We are really scrapping the bottom of the barrel here. There are no refunds for this item. Sorry. Egal. Geil. Geil. Alter, wie krass. Okay, ich gucke jetzt mal. Hi. Sorry about... Ja, ja. Frage ist jetzt, wo muss ich hin? Weil... Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht kann ich jetzt zu diesem Fuzzi da unten... Ich habe mich mal erschrocken, du. Ja, scheiße. Dann müssen wir nochmal zurück. Wir gehen... Ich würde ja gerne rennen, aber ich kann nicht rennen. Äh. Ich würde ja wie gesagt gerne Rira rennen, aber das Funzen nuggelt nicht. Bisschen schade. Aber vielleicht, ähm... Ja, ja. Vielleicht können wir jetzt zu diesem Schmied... Vielleicht hat er jetzt was irgendwie so für uns. Hi, I'm Groove. Ja, bla. Ja, gut. Ja. Piu, piu. Scheiße. Scheiße, das geht noch nicht. Warum eigentlich nicht? Kann ich dich kaputt machen? Nö, kann ich nicht. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Oh, knapp. Das war knapp. Alter, krass. Ja, scheiße. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Jetzt mal ohne Scheiß. Egal, dann... Gucken wir mal. Vielleicht können wir den Boss ja jetzt machen. Wir gehen erstmal hier hoch. Gucken wir mal. Weil wir haben ja hier alles eigentlich... Nee, kam ich nicht hoch. Wir haben ja hier alles eigentlich entdeckt. Müsste eigentlich jetzt alles fertig sein. Ach ja, genau. Das war ja das hier. Da kam ich ja gar nicht hoch. Kacke. Ja, scheiße. Ich bin schon wieder falsch gelaufen. Ah. Dreck. Das wird so nix. Ah, da komme ich nicht lang. Okay, jetzt habe ich den ganzen Scheiß fucking Weg zurücklaufen. Ich will den Weg nicht zurücklaufen. Das dauert auch ewig. Mensch. Egal. Ah ja, okay. Das hatten wir. Geil, dann gehen wir mal... Ich weiß ja, wo wir hin müssen. Wir müssen ja... Wir müssen ja nach Osten. Also nach... Ja, nach rechts halt. Wir müssen ja jetzt nach rechts. Ja, wo bin ich denn jetzt hier? Ach genau, hier war ich. Ja, ich bin richtig. Ich muss nur hier hoch. Hoffe ich da jetzt richtig bin. Naja. Ich weiß, hier ist der Boss. Hey, vielleicht gibt's ja ja was. Scheiß drauf. Dann probieren wir das mal. Ja, wir haben das doch eben schon geschafft. Oh, fuck. Baba. Ja, toll. Brains. Die Pläne habe ich doch gut gekauft. Ja, fress das, ihr Viecher. No. Wer hätte gedacht, dass Pläne könnte die Zombies? Das ist gut zu wissen. Wenn Zombies kommen, holt euch ein paar Pflanzen. Wird immer helfen. Ich meine, es ist ein bisschen schade, wenn du über ein Boot denkst. Ein Boot. Ein Boot. Das ist mein Schplatt, Alter. Wait. Komm schon, jetzt. Spieler. Shepard, eh? Mein Lieblingswort. Echt? Das war's schon? Das war's jetzt aber noch nicht, ne? Player! Shopkeep? Was machst du hier? Du kannst nicht mehr leben. Hä? Was? Du gehst aus meinem Weg. Ich muss auf dem Weg gehen, während die Kredite rollen. Ich kann nicht, dass du das machen kannst. Aber du siehst, es ist viel mehr profitabel, wenn du versuchen, um ein Hero zu sein. Ich bin ein Hero. Ich habe die Stadt. Jeder ist safe. Safe von was? Zombie-Sieb? Bitte, eh? Es sind viel größer Threads als die Zombies, du weißt. Oh, ja? Wie was? Pass auf, jetzt kommt der so ein Riesenfett. Oh, wie jetzt? Achso, das ist ja bestimmt vom Spiel. Kann ich ja in der Zeit mal was trinken? Ich habe du Ries. No, we fruits vom... Hallo? Was soll das? Komm, mach. Was soll das? Ja, auf jetzt! Der will uns... Das Spiel will uns verarschen. Connected to the server. Ja, about bloody time. New DLC pack available. Cut content pack. Echt? Cut content pack? To-Do? Sag bloß, ich habe eine To-Do-Liste, Alter. Das wäre cool. Hm. Aber jetzt. Wenn ich es mir jetzt natürlich nicht leisten kann, dann wäre es ja doof, ne? Aber eigentlich müsste ich mir das leisten können, so. Aber nochmal, der ist doch hier, oder? Oder auch nicht. Wo ist er denn? What the fuck? Bye, Pop. Ich werde jetzt keinen Pop kaufen. Alter, was? Du hast mir jetzt aber nicht die ganzen NPCs... Nee, oder nicht. So, wo... Danke. Safety first. Wo ist er denn jetzt? Ach, ne, die, 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 so. Er lebt mich am Arsch. This area should have been ready at launch. Alan, please add pack description. There are no refu... Ich glaube, ich weiß, wo wir hin müssen. Wie kann man denn nochmal hin? Ich habe keine Ahnung, ey. Hier lang, glaube ich, ne? Irgendwie über den Darkroom. Nee, hier müssen wir nicht lang. Aber hier vielleicht. Nee. Irgendwie da hinten... Hier irgendwie da nach links. Ich weiß jetzt nicht mehr. Finde mir auf jeden Fall. Oder was, rechts rum? Ich glaube, es war rechts rum. Ich bin mir nicht sicher. Alter, ich habe doch keine Ahnung. Bei Pop, was will ich denn mit Pop, Alter? Aber es ist warm. Jungs, es ist so ultra warm hier heute. Ehrlich. Oh, warte mal. Scheiße. Ja, gut. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Jetzt darf ich wieder hier so lang, ne? Oh, Gott, ey. Das ist ein bisschen nervig hier mit dem Lauf... Mit dem Gelaufe. Äh. Wirklich ein bisschen dämlich. Komm, vor rein. Bei Pop, ich bin kein Pop kaufen, Alter. Ah ja, okay. Jetzt bin ich, glaube ich, richtig. Hoffe ich zumindest. Willachstown? Jetzt bin ich, glaube ich, wieder ein Boss, oder? Status Band! Was? Bre... Breason? Let's see you buy your way out of this one. Shopkeep, leck mich am Arsch, ey. Hier muss ich nicht lang, gell? Ne. Toll. Super. Das hat ja... Gar nix gebracht. Gar nix. Ach, da bist du. Sorry. Ja, sorry. Mir tut's auch leid. Was ist das Scheißding jetzt? Hier ist es. Ach, Scheiße. Wie komme ich jetzt denn nochmal hin? Zu diesen Darkroom, wisst ihr? Ja, ja. Hatten wir schon. Ich glaube, wir müssen doch nach links. Ich weiß es echt nicht mehr. Scheiße. Ja. Ja. Jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir richtig. Endlich. Wurde ja auch Zeit. Oh. Nee, hier nicht. Jetzt muss ich nur noch den Weg finden, wie wir da hochkommen. Beziehungsweise dahin. Oder bin ich da jetzt schon wieder dran vorbei? Kann auch sein, dass ich da jetzt dran vorbei bin. Das ist nix. Ja, da komme ich wieder komplett zurück. Das will ich ja nicht. Ich will eigentlich hier lang, ja? Ja, genau. Ich muss hier lang. Bitte, bitte, bitte. Ja. Endlich. Wir haben's. Ja. Alan, please add your name. So. Boah. Woher kamst du? Nein, das war hier ein Minute vor. Ich wusste nicht. Hä? Ja, vor einer Minute war ich erst hier. Das stimmt. Oh, viele, viele Münzen. Viele, viele bunte Smarties. Die Musik ist fett. Alter, klar. Da falle ich jetzt runter. Das sind wirklich viele Münzen. Das Spiel wird sich das jetzt in einem Ende zu finden. Ah, hier gibt's auch noch was. DLC Quest? Nee. Oh. Boah. Alter. Das sind viele Münzen. Wir werden jetzt gleich ein bisschen im Bau, oder was? Nein, ich hab damit kein Problem. So ist es jetzt nicht. Äh. Ey. Aha. Link. Ganz link. Das ist ja mehr. Alter, das ist ja fies. Habe ich die alle? Ja, ne? Ich hab die alle erwischt. Hier demnächst ist wichtig. Ja. Hab alle. So, wenn du mir jetzt sagst, wie ich das machen soll. What the fuck? So weit. Mann. Hier kann ich runterfallen. Scheiße, das wollte ich nicht. Alan, please add some world. Ich will da nur noch. Okay. Okay. So geht's auch. 202 Münzen. Boah. Jetzt brauch ich nur noch ein paar mehr DLCs. Das wär cool. Scheiße. Oh nee, ne? Oh, jetzt hab ich den ganzen verdammten Weg zurücklaufen. Egal, ich mach hier einen Schnitt. Ich mach hier nochmal einen Schnitt. Ich möchte das Spiel euch ja ein bisschen, ne? Soll ja nicht alles gleich vorbei sein. So, äh, nächstes Part, wie gesagt, ich mach hier direkt weiter und im nächsten Part geht's dann weiter. Also bis dann. Haut rein und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.